ich grüße euch ich bin hier in schwarzenbach in niederösterreich und werde heute mit meinem kumpel alex auf den eisenstein gehen ja wetter ist nicht ganz so gut wo jetzt wieder kleine winter einbruch aber aber egal wir freuen uns sehr auf die tour schön dass ihr dabei sitzt so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017